Und was ist das? Von hinten! Das ist jetzt die Filznahme! Jetzt ist der Scheiss Shotgun! Schauen wir mal! Das Problem ist, dass unser Lucas einfach rein drimmt! Die kann nie sein! So schnell schiessen! Nein, das ist echt schnell! Michi? Ja! Oh nein, er hat mich gebläst! Michi? Ja! Lass mal 101 machen! Dann ist meine Missile fertig! Ich wollte auch nicht so schocken, ehrlich gesagt! Okay! Wow! Ja, jetzt hat er mich gekickt! Ist das bei dem Ablo dran? Ja, hast du es gekrabt? Ja, logisch! Du musst ihn hochladen! Oh! Jetzt hatte ich gerade seine Shotgun! Wer hat gut geklickt? Ich nicht! Der, der nicht geklickt hat, ist schon gekickt worden! Ich habe ihn nicht geklickt! 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 Wir gehen raus! Das ist nicht lustig! Du hast einen Locken lassen! Roger! Was? Komm! Ja, nein! Ich habe nicht zu weit! Jetzt habe ich wieder das Game angefangen! Nein, ich fange an! Ja, Roger! Ich gehe jetzt! Ja, ich brauche dich! Ja, ich brauche dich! Ja, ich brauche dich! Genau jetzt! Ja, sonst verlieren wir es! Gehen wir einfach! Ja, aber... Komm einfach! Ist das der Ingame oder ist das der Neue? Stopp! Das kann niemals sein! So schnell wie der Stiess beziehen! Das ist Shotgun, Mann! Jetzt hier! Ja! Ja! Michi! Michi! Ja! Du kannst sonst kommen und es halten! Ja, ok! Das kann niemals sie! Niemals!